Hallo meine Lieben, es ist wieder zwei. Es ist Zera Time. Wie gern ich das einfach euch sage. Heute ist ein voller Tag für mich. Ich bin heute in München im Studio. Wir shooten fürs neue Cover-Fam-Playboard. Das ist etwas richtig Geiles. Ihr habt gesagt, ich soll euch mal mitnehmen, auch beim Shooting, dass ihr da einfach auch mal seht, wie sowas abläuft. Ich habe auch für euch auf jeden Fall mit dabei und zeige euch einfach mal, wie heute mein Tag abläuft. So, wir fangen jetzt an. Ich hocke jetzt schon in der Maske. Mein Baby Helen ist wieder mit dabei. Die kennt sie ja schon von America. Und die Juliana. Sag mal Hallo. Hallo. Wir drei shooten heute das Cover. Und jetzt werde ich schon angefangen, schön gemacht zu werden. Danke, Zuka. Jetzt sehe ich wieder ganz anders aus wie ein ganz anderer Mensch. So, ich bin jetzt ready. Haare passen, Make-up passen, mein Outfit passen. Das hat nämlich was mit der Wiedervereinigung zu tun. Ich habe jetzt eine Ausfall auf der Selfie. Ja, ich bin ready. Ich komme jetzt. Das ist das Set. Ein cooles, großes Studium, wo ich jetzt gleich, wo wir jetzt alle zusammen arbeiten und der Sascha ist wieder mit dabei. Ach, das ist schönes Licht. Okay, so, ready. Ich muss jetzt ausmachen. Ja. Ich glaube, es wird sich sehen lassen können. Ich bin schon. Ich freue mich schon, wenn ich das irgendwann mal in der Hand habe. So, das erste Bild ist jetzt im Kasten. Jetzt folgt das zweite, das Gruppenbild. Die Mädels sind auch noch in der Maske. Ich werde jetzt noch komplett schön gemacht. Und dann geht's los. Wir haben unsere Kostüme auch schon fertig hingelegt. Hier sind die drei farbigen Bunny-Kostüme. Gold, Rot und Schwarz. So, ich gucke jetzt mal, ob die Mädels schon fertig sind. Wir brauchen nämlich heute eh eine Idee. Ich habe jetzt meine Bunny-Ohren an und wir können jetzt gleich anfangen zum Starten. Die Helen, mein Schatz, ist wieder mit dabei. Hallo. Sieht wieder wunderschön aus in Rot. Die roten Haare haben dann doch wieder was. Guck, jetzt brauchen wir sie. Ja. Hast du schon gesagt, das Leben, wie hast du das vorhin gesagt? Ich passe mich nicht dem Leben an. Das Leben passt sich mir an. So schaut's aus. So, und wo ist Juliana, unser Black Bunny? Dann mache ich mich mehr auf die Suche. Die steht schon sehr bereit. Sieht, also da ist sie. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt ist Helen hier. Wir haben unser Shooting perfekt überstanden. Wir freuen uns auf das Cover. Es wird nämlich richtig geil. Es wird der Oberkracher. Ich bin der Oberkracher. Ich bin der Oberkracher. Ich bin der Oberkracher. Ich bin der Oberkracher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020